Ich verlese die Urkunde. Im Namen der Bundesrepublik Deutschland, das Amtsverhältnis der Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel, hat mit Zusammentritt des 20. Deutschen Bundestages am 26. Oktober 2021 seine Beendigung gefunden. Für die dem deutschen Volke geleisteten treuen Dienste spreche ich hier Dank und Anerkennung aus. Berlin, den 26. Oktober 2021. Ich verlese die Urkunde. Im Namen der Bundesrepublik Deutschland, das Amtsverhältnis der Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel, hat mit Zusammentritt des 20. Deutschen Bundestages am 26. Oktober 2021 seine Beendigung gefunden. Für die dem deutschen Volke geleisteten treuen Dienste spreche ich hier Dank und Anerkennung aus. Berlin, den 26. Oktober 2021.